Möchtest du als leise Unternehmerin Kunden anziehen, leise authentisch verkaufen und dich als Expertin sichtbar positionieren? Du weißt aber nicht, wie du dabei richtig vorgehen kannst. Ich bin Verena Sartin. Ich helfe dir dabei, sichtbar-leise mit Strategie Kunden zu finden und dich als selbstbewusste Unternehmerin in deine Rolle reinzufinden. Am 22. März werde ich ein Webinar live für dich halten, in dem es darum geht, Kunden anzuziehen als Introvertierte. Ich möchte dich hiermit einladen, mit dabei zu sein. Du findest den Link hier beim Video bzw. kannst dich hier auf der Landingpage direkt mit anmelden und bist dann am 22. mit dabei. Du findest auch hier weitere Infos bzw. bekommst du E-Mails von mir, wie das Ganze stattfindet. Es ist ganz einfach. Du klickst hinterher auf einen Link und kriegst dann den Zoom-Call und bist mit dabei. Wir werden uns genauer im Webinar ansehen über eine kleine Präsentation, die ich dir vorbereite, wie du dich positionieren kannst, eine Strategie aufbaust und dein Marketing aufsetzt, welche Inhalte das sozusagen braucht. Meld dich also gerne an, wenn du Lust hast. Sei mit dabei und lass uns im Webinar austauschen. Du hast auch am Ende die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen, die ich dir dann live beantworte.